So, ich mache mal kurz das Video, dass alle Unklarhallen vielleicht noch beseitigt werden können. Erstmal, ich habe jetzt hier einen USB-Anschluss, hier ganz normales handelsübliche USB-Netzteil einstecken oder Spannungsversorgung 9 bis 12 Volt Gleichspannung. Kann man beides machen, je nachdem, was man haben möchte. So, dann ist jetzt wie gesagt leider die falsche Platine gekommen. Mir sind jetzt halt 8 Relais drauf, anstatt nur 4. Die wäre halt ein bisschen länger, vom Einbau wäre es prinzipiell völlig egal. So, was passiert? Ich habe hier meinen Reset-Taster und hier wird der heiße Draht angeschlossen. Ich simuliere das mal geschwind mit einer Brücke. Also wenn ich hier einen Fehler mache, wenn ich es treffe mit einer Hand. So, ein Fehler ist passiert. Jetzt schalten alle 4 Relais und nach 4 Sekunden gehen 2 davon aus. Es sind Wechsler-Kontakte dran. Also hier sieht man es ja immer, Öffner- und Schließerkontakte. Hier unten sieht man das dann. Genau, und diese zwei bleiben jetzt dauerhaft an. Nach einem Reset mit diesem Taster gehen beide Relais wieder aus. Also ich mache es mal mit einer Brücke hier. Moment. So, alle 4 gehen an und nach 4 Sekunden würden 2 davon wieder ausgehen. 2 bleiben dauerhaft an. Wäre das so richtig? Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde 4 Sekunden gerade etwas kurz dafür, dass ein Applaus oder so kommen soll. Ich würde fast 10 Sekunden nehmen. Wenn der Applaus auf dem Band früher aufhört, wäre ja im Prinzip egal. Aber 4 Sekunden finde ich für einen Applaus fast zu kurz. Und wenn nach 4 Sekunden der Applaus vorbei ist oder das Buhgeschrei, dann kommt ja auch nichts mehr. Von dem her könnte man auch sagen, man lässt alle 4 dauerhaft an oder zumindest macht die Zeit länger. Genau, wenn das so passt, dann bringe ich es morgen oder dann am Montag zur Post. Nur, dass die Schaltung so passt und dass da keine Unklarheiten sind.